Yo, hier ist der Was-Knapp, haben wir wieder am Start, da kommt heute ein To-Craft-Me-Video auf meinem zweiten Kanal, meine Freunde auf Craft-Me, wir spielen wieder einen Lucky Block Race und heute haben wir ein dickes 1v1 gegen meinen Broski, ein Crymax, Leute, ich hoffe, ihr seid bereit, den werden wir heute abziehen, hoffentlich, Leute, deswegen lasst ein Like, ein Abo, den Channel-Glock aktiviert, um mehr von uns zwei zu sehen, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt rein. Malspuren, Digga. Alles gut, alles gut. Ey, ich hab dich nur gewarnt. Ja, okay, wir werden sehen. Oh, ich hab hier die gelbe Strecke direkt, erster Lucky Block. Oh, 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 oh. Ey, Max, wir können, ey, Max, weißt du noch, damals, als ich dir ein Auto geschenkt habe? Ne, weiß ich nicht mehr, hab ich vergessen. Okay, mach da weg. Aua, hier ist ein Soundblock. Aua. Ey. Ich bin weg. Ey, Spaß, ich bin noch da. Okay, weiter, 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 weiter. Wir müssen weiter aufmachen. Oh mein, oh mein Gott. Blöcke fast weg. Komm doch, Armin, komm doch. Aua, ey, hör auf. Ich will nicht runterfallen, weißt du. Ey. Du bist so ein... Oh, ne, warum? Die hat sich grad gicarried, die Wand, Bro. Oha, er baut einfach alles zu. Was bist du denn für einer? Hey, okay, okay, so machst du also. Ja. Oh, ich dachte grad, irgendwas wird mich angreifen. Ja. Selber schuld, das ist so Karma. Oh mein Gott, Leute, ich hab echt Karma kassiert. Ich hab echt Karma kassiert, Leute, nein. Oh, und ich hab noch... Ich hab doppelt Karma bekommen, weil ich jetzt durch den Boden falle. Was ist das denn? Oh nein, Armin, Witz. Er ist auf jeden Fall weiter vorne. Wir müssen jetzt gut aufholen. Aber wer weiß, bei Lucky Block Race kann alles passieren. Das stimmt, da kann wirklich alles passieren. Ey, ich hab nicht mal mehr Blöcke, um mich irgendwo hochzubauen jetzt. Ist ja kein Problem, ich find's vollkommen fair. Oh, hier war es Slime, Alter. Das ist unfair. Nicht unfair. Okay. Oh mein Gott, so smart. Ich krieg halt wirklich nur noch Karma, Bro. Warum? Jetzt waren da... Ey! Was ist das? Oh, oder? Irgendein fettes Schwein, oha. Hab's weggemacht. Oh, ich hab den Ehrenmann. So, warte. So, bitteschön, ich will nicht, dass die heißt, dass du irgendwie, ne? Ja, okay, auf Correctness. Okay, nee. Willst du wirklich diese Kampf anfangen? Nein, 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 nein. Willst du diese Kampf wirklich anfangen? Bro, was hast du für einen Rückstoß auf deinem Bogen? Ey, wer ist da? Ey! Du hast mich... Geh weg, geh weg! Okay, geh auf deine Seite. Geh auf deine Seite. Bin. Okay. Ey, ich sag's dir nur, wenn du das einmal abschießt, dann lerke ich mich mit dem Bogen. Ich vertraue... Er hat... Armin hat da wirklich einen krasseren Bogen. Da sollten wir uns gerade nicht mit anlegen. Rüstung hat er auch schon. Oh, Leute. Oh, Mann, aber das ist so wirklich stoffen, Mann. Wenn das hier... Oh, mein Gott, aua! Wenn das hier so weitergeht, dann haben wir abgeloost. Nein. Das war nicht so gemeint, ey. Aber... Oh, nein! Nein, dein Dreizack ist runtergefallen. Oh, Mann. Der Rest... Also, es hat doch teilweise was überlebt. Deine Pfeile und so. Oh, mein Gott, Leute. Aber warte mal ganz kurz. Du hast da Pfeile, ne? Ey, lass mein... Ey, er nutet mein Zeug! Oh, was soll das denn? Oh, oh! Oh! Ja, sehr gut. Los, Gas! Greift Armin an! Ja, das war's. Ah, okay. Das war's. Oh, Baby! Noch eine Armebrust. Let's go! Okay, okay. Gefällt mir. Was hast du bekommen, mein Kleiner? Eine Eisenrüstung. Oh, wie süß, Alter. Wie süß. Aua, ah! Oh, oh! Kaktus? Nehmen wir mal mit, ne? Ich brauch jetzt mal richtig Big-Bababu-Bubu-Loot hier. Ey, ich find's ja auch... Ey, nein, Hexer, nein. Max, ich find's doch voll okay, wie's gerade läuft, oder findest du's nicht? Nee, nee, noch nicht so ganz. Okay, schade. Also, wer jetzt hier krasser Endfight, hätte Armin wahrscheinlich bessere Chancen aktuell, Leute. Aber es kann ja noch werden, wir sind ja noch nicht durch. Ist ja alles gut. Ich bin halt einfach nur ein bisschen besser, ist ja nicht schlimm, oder? Also, Enderkiste, wo nix drin ist, perfekt. Ja, wieso machst du nicht ein paar Sachen von dir da rein, die du vielleicht für später brauchst? Ja, sind hinten Enderkisten? Ich glaub schon. Was meinst du, was ich gemacht habe? Ich hab erst mal meinen ganzen Loot in die Enderkiste reingetan, so. Boah, dann ist das natürlich sehr, sehr Five-Head-mäßig. Am Ende, ich komm nie wieder dran. Einfach Loot verschwindet, perfekt. Stell' mal vor, stell' mal vor, ich hab' nicht so gemeldet. Obwohl, das kann echt ein Bait sein, ne? Obwohl, ich glaub' das ist ein anderer Map ja hier. Ey, Bro, wenn da jetzt kein Enderkissen drin und mein ganzes Zeug hier ist, dann wär' das komplett lost. Oh, damit kann ich sehr schnell abbauen, das ist gut. Wie? Ey, lass mal. Aber ich hab' hier jetzt wirklich noch nicht so den krassen Loop bekommen, leider. Oh mein Gott! Ja, sprengt Armin in die Luft. Oh, ich hab' überlegt. Ey, was, ich hab' schadenfroh hier immer. Lord, ich kann die Lucky Blocks, äh, ich hab' so'ne... Ja, Behutsamkeit. Ja, ja. Voll, Behutsamkeit-Hacke. Oh nein, meine normale Spitzhacke ist kaputt gegangen. Komm, ah, okay, da ist noch mal meine Ender-Chest. Oha! Reinigung. Oh, okay, das nehmen wir einfach mal mit. Also ich will... Oh! Oh nein, Armin ist gleich durch, nein, da ist Lava, oh! Max, also die Runde wirst du gar keinen Fall gewinnen, weil... Jetzt greifen mich auch noch Slimes an. Ey! Max, alles gut? Ey, aber ist die eigentlich... Ich muss dir was sagen, Bro. Ja, bitte. Ich hab' noch nicht einmal eine Runde Lucky Block Race gewonnen. Oha! Ich hab' ja schon öfter mit Russik auch gespielt. Jedes Mal hab' ich verloren. Ich hab' bis jetzt noch kein Glück gehabt, aber ich hab' auch wirklich immer schlechtere Sachen als meine Gegner. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab' bisher nur gutes... Ach, du Einige! Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ey! Nein, nein, nein. Bro, wie strong sind die? Hallo! Hallo! Also ich muss ehrlich sagen, ich hab' jetzt zwar... Jetzt hab' ich schon wieder ein paar Hexen bekommen, aber ich sag' dir ehrlich, mit meinem Loot ist das so egal. Max, ich glaub' an dich. Ich glaub' an dich. Ja, ich... Ja, wo kommt die denn her? Digga, ich bin hier grad am fighten mit Silberfischen. Wie sieht's bei dir aus? Bist du durch, oder was? Äh, ja, aber ich müsste halt nur durchs Ziel gehen. Ich lass' dir noch die Zeit. Ich will, dass du noch ein bisschen was hast. Oha, hä? Ich lass' dir noch Zeit, mein Bester. Jaa, Hexe, Bro. Ach komm, passier' dich doch. Ach, Max. Bin ich auch noch vergiftet. Mach' dir jetzt nur keinen Stress. Jaa! Hatte man auch gehabt. Hatte ich ihm auch gehabt. Äh... Bro, ich bin echt froh, dass ich ein bisschen von meinem Loot in der Enderchest gesaved hab, weil... Mega, ganz ehrlich, dann lass' ins Ziel jetzt gehen. Du bist ja schon durch. Ich hol' noch viele Sachen aus der Enderchest. Ja, ich hab' auch noch viele Sachen aus der Enderchest. Und dann heute werden wir fighten gegen Armin. Oh, das ist bitte. Ich glaub' also, erste Runde... Komm, erst mal! Ich denk' man ja eh'n Best of Free, Bro. Jaa, aber komm' erst mal nach hinten hin. Und guck' was ich habe! Alter, nein, ich will's gar nicht wissen. Okay, warte, Enderchest... Soll ich's dir schon mal sagen? Jaa, erzähl' was hast du... Also, ich hab' erstmal'n Eisenschwert in Verbrennung 2, Schärfe 4, Halbbarkeit 3. Okay, perfekt. Dann hab' ich'n Bogen, Blama 1, Unendlichkeit 1, Kraft 5, Schlag 2. Ich hab' zwei goldene Äpfel, ich hab' sechs Enderperlen, ich hab' einen verzauberten Apfel. Ich hab'n Lucky Stick in Verbrennung 2, Rückstoß 2, und ich hab' noch'n Totem. Bro, Ed, absolut notwendig. Und Diamant mit Dornen 2, Feuerschutz 3, Schutz 4, Helm, Schutz 4, Hose, und äh... Ja, okay, reicht, reicht doch, reicht doch. Hast du schon mal Such-Routen-Luke gehabt, Alter? Noch nie, noch nie, Such-Krass auf einmal. Komm, komm, egal. Ja, komm, ich bin ready. Ich bin, ich bin nicht ready. Okay, oh. Hallo. Ich hab' vier Herzen mit einem Schlag verloren, und ich brenn' auch noch. Ja, ich bin tot. Let's go, Winner! Okay, Leute. Erste Runde geht an Amir, aber das lass' ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Einfach nach unten klicken. So, komm, lass mich hier erstmal raus aus der Box jetzt. Starte die Runde! Ich hab' gestartet! Ich dreh' hier durch. Ich dreh' hier durch, Leute, das lass' dich nicht so auf mir sitzen. Das war die einfachste Runde meines Lebens. Weiter geht's! So, ja, ich bin wieder ready. Dann komm, dann komm, rot gegen gelb hier. Dann, let's go! Block, 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 block. Oh nein, wir hatten vier Lochs direkt. Am Anfang ist das nice. Wenn die sich so vermehren, muss man die dann alle aufmachen? Nee, das ist komplett selbst überlassen. Es geht darum, dass du die... Ach so, okay. Okay, jetzt ist es halt auch gel... Hä, bist du, hast dich unsichtbar gemacht? Nee, du hast dich, du bist gestorben, ne? Hä? Nee, er ist unsichtbar. Nee, ich hab' schon wieder so'n Vermehrungsding bekommen. Lol, ah, aua. Okay, aufpassen. Oh, nächster. Uh! Ähm. Bro. Ich hab' auch mal Glück aktuell. Oh! Ja, wo bist du denn, Amir? Er ist unsichtbar. Er ist unsichtbar. Von der Abteilung bist du. Nein! Na gut, dann mach' mal weiter, Amir. Oh mein Gott. Schwein! 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 Greife ihn an. Greife ihn an, Schweinchen. Oh, nein! Obwohl, ne, passt, 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 passt. Das Schweinchen ist mein Freund. Hm, das glaub' ich dir sogar. Okay, wir gehen hier mal weiter. Dig, ich hab' jetzt hier gar keine Lust mit dem Schwein hier rumzudingsen. Bam! Bam! Ey, was war das denn? Unsichtbar mit meinem Netherite Endschwert! Eingeht! Äh? Deine Sachen liegen. Ich bin rüber, hab' ich rüber gebaut. Lol, Digga. Alter, ist arm in der Ratte. Hahaha! Nein! Nein! Mit rüber bauen, okay. Ist gemerkt. Ist gemerkt, Amir? Gott! Runter, runter. Nein, Mann! Wieso passiert mir sowas? Bist du runtergefallen? Ja, aber mit so'n Spinnen. Das heißt, es dauert voll lange, bis ich mal endlich unten ankomme. Oh mein Gott! Bro! Bro! Was denn? Äh, hier sind diese verzauberten Skelette, die mich anschießen. Ja, sehr gut, super. Hahaha! Was? Was sind das hier für Rainbow-Skelette? Alter, Alter! Wo bist du denn? Ach, da hinten! Ach! 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 So. Ey! So, erstmal Inventarordnen, wichtig. So, dann rennen wir mal weiter. Oh, ein paar mehr Pfeile. So soll mir rechts sein. Max! 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 Lass mich doch in Ruhe! Ich hab dir nie was getan! Bro! Was für... Du hast mir nie was getan, Alter! Du hast grad sogar rüber gebaut zu mir! Das halte ich für ein Gerücht! Oh! Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen! Dann haben wir eine Chance gegen den! Hä? Was hab ich hier für eine Verzauberung? Keine Ahnung! Oh! Auch cool! Schweine! Hast du nicht abbauen oder so? Nee, äh, ich bin irgendwie so ultraschnell und so. Oha! Ey! Oha! Oha! Ist doch gut! Ey! Oha! Mein Schneebaden! Ich wollte ihn Rudi nennen! Du hast Rudi gekillt! Oh! Noch mal ne Soundbox! Ja, ich hab was noch gemacht! Also, wenn ich jetzt noch irgendwie Rüstung oder so bekomme, wäre das sehr, sehr wild eigentlich. Also, bis jetzt bin ich wirklich zufrieden! Aber ich will den Tag nehmen! Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben! Genau, mein Kleiner! Weil ich jetzt hier nämlich noch mal alles! Genau! Das war auch so einmal gegen Russik, Bro! Oh nein! Ich fliege die ganze Zeit hoch! Was soll ich machen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich gecarried! Hat er echt gecarried? Ja! So ein kleiner ekelhafter, geh weg da mit dem Unsichtbarkeitstrank! Oh mein Gott! Digga! Ich hab ein Totem! Ja, okay! Wie soll ich denn jetzt noch Chance haben, Alter? Sei mal ehrlich! Habe ich jetzt noch eine Chance überhaupt gegen dich? Weil nach dem Toten bist du ja nochmal... Ja, Bro! Also... Nein! Also du hast eine Chance noch, ja, weil... Wenn ein Totem verlierst du auf den Weg! Ja! Und ich habe ja keine Rüstung! Oh Mann! Ja, aber nach dem Toten hast du ja erstmal so die ganzen verzauberten Äpfel-Effekte! Oh Mann, Alter! Ist ein Argument? Ja, okay! Okay, wie... Also jetzt... Das muss mir einer erklären, wie ich das jetzt hier schaffen soll, bitte! Max, glaub mir, wenn du sehen würdest, wie gerade elendig ich hier bin, gerade! Digga, ich hab mir einfach deine Goldäpfel und deine Rüstung auf deiner Seite gesnackt! Nein! Du bist so ekel... Du bist so ein ekelhafter Mensch, weißt du das? Digga, hab ich von dir gelernt! Digga, du bist so ekelhaft! Digga, du bist so ekelhaft! Das ist ja wirklich abartig wie ekelhaft! Goldäpfel, Bogenschwert! Nein! Du hast mit Netherite Schwert! Netherite lag hier leider nicht mehr! Oh, das ist runtergefallen, verdammt schade! Das ist runtergefallen, aber egal! Ja, schmeckt, schmeckt so ein schöner, schöner Goldapfel! Schmeckt so ein schöner Goldapfel! Schmeckt so ein schöner Goldapfel! Ejo, bist du denn, Alter? Ja, ich muss wieder komplett zurück, weil dann wollte ich... Ich hab einen anderen Lucky Block aufgemacht und meine ganze Fläche hier vorne ist weg, wieder mit Spinnennetzen, jetzt brauch ich wieder Baublöcke, musste zurücklaufen! Oh Mann, Schwert! Oh mein Gott, Leute, was haben wir hier alles? Äh, Max, können wir noch mal drüber reden? Also eben die Runde war ja, ne? Also... Haben wir doch eigentlich gute Freunde, haben wir ein bisschen Jokies gemacht! Oh Mann, ey! Reden war gestern! Also... Was los? Bro, ich hab jetzt noch mal verzauberte Rüstung bekommen! Ja, okay! Was soll ich noch eigentlich machen? Was soll ich noch machen? Flamme aufm Bogen! Bro! Jetzt hab ich mal ne OP-Runde! Ja, okay, Alter! Schade, Leute! Ich dachte, Max und ich wollen nur Spaß haben! Ah, okay, so machst du! Von der Abteilung bist du! Oh, er ist ein guter Bogenschütze! Oh Gott, das muss man ihm lassen! Danke! Oh mein Gott, das war knapp! Ah! Ja! 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 Ja, aus dem Grund gewinne ich nie einen Lucky Block Race! Ich hab immer bis zum Ende Baba Loot und dann... Digga! Ey, Mann! Oh mein Gott! Ich hatte den Loot des Lootes! Ich weiß! Ich hab's auch gesehen! Mit was für'n Schlag hast du denn auf deinem Bogen drauf? Schlag zwei! Ich hab Schlag zwei drauf! Digga! Ja, jetzt kommt Hex! Und jetzt fängt wieder die Pech-Rin an! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Jedes Mal! Oh mein Gott, ich hab meinen Totem, ich hab meinen ganzen items verloren, ich hab meinen Totem grad verloren! Totem ist schon heftig! Ja, aber ich hab's grad verloren, weil ich nach oben... Da hat mich Slime-Block fast carried. Oh mein Gott. Da habe ich eine MLG gemacht mit Slime-Block. Oh, nochmal so ein... Okay, okay, Leute, wir sind jetzt hier am letzten... Ich habe halt jetzt re-rapped gefühlt wieder gar nichts, ey. Nein, 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 nein. Oh, doch nicht, alles gut. Wie weit bist du? Bist du am Ende, ne? Ja, am Ende bin ich. Was ist das hier? Ein verzauberter Cookie. Hä? Sharp Cookie? Aber ich lasse hier noch die Lucky Block. Ich will einen coolen Fight haben. Ah, okay. Oh nein, er hat einen Bogen gefroren. Ey, jetzt ist es eigentlich voll fair. Ich habe auch keine Rüstung, ne? Ich mache schnell Ende, ich mache schnell Ende, Leute. Dann darf ich nichts mehr aufmachen. Und es ist Ende. Ja, okay, aber den einen darf ich noch aufmachen. Ja, komm, mach den einen noch auf. Ah. Oh, baby. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Ein Netherite-Schwert war im letzten noch drin. Ja, GG, das ist der, der alles drauf hat. Ey, ich kann mir fast noch einmal runtergefallen, weil ich habe so eine komische Speed-Verzauberung, ey. Wow, okay. Okay, bist du ready? Warte mal, wie funktioniert denn dieser Sharpness-Koop? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, den kann man nicht essen. Ich glaube, den kannst du fighten. Ja, aber wie viel Schaden soll er denn machen? Keine Ahnung. Oh nein, Leute, der hat ein Ding. Dann komm her, mein Dreizack wird dich das Fürchten lehren. Ja, dann. Drei, zwei, eins, let's go. Bam. Komm zurück, komm zurück. Okay, ein bisschen Parcours, Parcours. Oh mein Gott, oh was? Was? Du hast mir acht Herzen mit einem Schlag gerade abgezogen. Bro, bro, das Netherite-Schwert ist OP. Das ist wirklich OP. Wenn man das hat, Alter. Ja, okay. Ich glaube auch, du wirst am Feuer gestorben, wenn ich dich nicht... Ja, wäre ich auch, Digga. Ich habe noch eineinhalb Herzen übrig. Ja, gut. Aber, Arnie, das bedeutet eins zu eins. Und das heißt, möge der Bessere die letzte Runde gewinnen. Letzte Runde, let's go. Okay, so. Jetzt hier und... Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready geboren. So, Max, und jetzt ist vorbei. Jetzt werde ich gewinnen. Ja, komm. Ich werde es mal abholen. Ich werde es abholen. Ja, jetzt das... Oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Wir haben beide die gleichen Lucky Block aufgemacht mit TNT. Alter, und bei mir war auch noch Creeper. Beides, Creeper und TNT. Geil, das feiere ich. Ja, ich auch. Oh, nice, Enderperle. Beobachte dich, Max. Das ist schon mal klar. Ich weiß, dass du unsichtbar bist, aber ich beobachte dich. Hä? Digga, ich kriege hier nur Müll. Muss weiter. Muss vorankommen. Oh mein Gott, schon wieder TNT-Blöcke. Also bis jetzt habe ich hier wirklich nur schlechtes Zeug gehabt. Was ist das denn jetzt hier? Ich weiß, wie das ist. Eine Kuh, eine Mucku mit Milch, okay. Nehmen wir mit. Weil ich sage ehrlich, du willst du schon mal alles verlieren kann, will ich diese extra Lucky Blöcke nie aufmachen, ne? Ja, ja, Digga. Ich habe auch Angst vor den extra Blöcken. Ach, da oben ist ja schon Leute. Okay, verstehe. Äh, okay. Ich sehe dich, Max. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Hexen? Weg mit dir! Oh mein Gott. Hey, ich habe mich gerade fast selber umgebracht. Weg mit dir und weg mit dir. Okay, wir sind relativ... Wir sind relativ gleich auf dem Rennen. Soll ich eigentlich nur Angst machen, dann wirst du genau dann sichtbar. Hä? Hä? Ey, greift mich an! Ja, ja, los meine Lakaien. Greift A mir an. Und die anderen haben das Gegenteil geschossen. Sehr gut. Aua. Oh nein, oh nein. Ich habe doch nicht einmal irgendwie eine Waffe oder sowas bekommen. Ja, ich habe die Spinne. Outplayed. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich auch nicht abschießen, solange du mich in Ruhe lässt. Mein kleiner Padawan. Beobachte dich. Oh, ein Schwert. Oh nein. So, okay, wir müssen jetzt hier durch. Ja, Max, guck mal. Ich sage dir ehrlich, du kannst jetzt schon mal aufgeben, dann kannst du dir... Ey, du hast auch mal jetzt vergessen. Ja, ich komme nochmal hoch. Digga, du kleine Ratte. Du kleine Ratte, Digga. Au, nein! Oh mein Gott. Bei mir ist alles dunkel, deswegen sehe ich nichts mehr. Digga, das Bradley ist auf Leben und Tod. Bei mir ist alles dunkel, Leute. Ah. Ey, verzieh dich. Da ist jemand in der Dunkelheit gefangen. Max? Was sag ich, dass ich zu dir rüberkomme? Nee, komm ich nicht. Digga, hau ab mit deiner Armfuss, Digga. Kleiner Ehrenloser. Oh mein Gott. Ich bin der Beste. Nein, ich bin auch gestorben. Ja, Karma, Junge. Nein, ich habe gerade Lucky Bargum, da wurde er gekillt. Oh nein, nein, nein. Ich kann mich auch nicht hochbauen. Naja, da ist wieder alles GG. Ich habe eine Idee. G zu dem gedoubten G. Nee, nee, nee. Ich habe eine Idee, weil ich bin Pro-Player in Minecraft. Aha, okay. Geh mal hier rüber. Mach schlau. Ich geh einfach auf die andere Lane, baum ich da hoch und jump dann einfach wieder rüber auf die andere Lane. Das kannst du nicht machen, weil du bist nur ein Noob. Entschuldigung. Also ein kleiner Jumper, sagst du, ne? Ja. So, Leute, sehr gut. Uh! Max, das wirst du nie glauben, was ich eigentlich hier bewerkstellte. Obwohl, eigentlich muss ich fragen, ob das fair ist. Max, ich habe noch... Wir haben ja in der ersten Runde Sachen in Dings reingetan, ne? In die Ender-Chests. Und ich habe meine Sachen immer auch in den Ender-Chests drin. Nicht benutzen, oder? Ja, nee, das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Okay, 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 okay. So fair bin ich noch, Leute. Das kann ich auch nicht machen. Ja, gut, gut, kein Problem. Kein Problem. Ich habe es weggetan, aber... Hä, wo bist du gerade? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin voll weit hinten. Du hast gar nicht gesehen, wie krass ich dich abgescammt habe, Digga. Wie abgescammt? Ja, ich bin da, wo bei deinem Loot vorhin... Ich habe mir deinen Loot-Goldo durchstorben. Nee, du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Ja, super, Leute. Weißt du, was das ekelhaft wieder ist? Ich habe wieder alles in Dunkelheit. Ja, ey, komm, bitte, Max. Ich sehe doch schon nichts mehr. Ja, und da kommt doch Sand. Noch irgendwas? Ich brauche noch irgendwas. Komm. Fehlt nicht noch irgendwas oder so? Mann, oh, hör doch auf. Ich habe nie was getan. Oh, du hast mir sehr, sehr viel getan. Überleg mal, ich bin die ganze Zeit in Dunkelheit. Ja. Wirklich, also du bist wirklich, wenn ich gesehen, bist du kacke. Oh, 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 was haben wir denn da Schönes? Hast du was Gutes? Hast du was Gutes? Ja! Oh mein Gott, so wichtig, so wichtig. Komm, komm, Leute, jetzt müssen wir, darauf müssen wir jetzt was aufbauen. Digga, diese Creeper sind OP, Digga. Ja, alles gut, alles gut. Ich mag Creeper. Habe ich ja schon mal gesagt? Nee, ich nicht. Ich wirklich, sie sind meine besten Freunde eigentlich. Oh, ich sehe ein bisschen Loot da hinten, Leute. Ey, verzieh' dich von meinem Loot, Junge. Ja, sag' ich, verzieh' dich von meinem Loot, Junge. Habt ihr das gerade gehört? Nein, 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 nein. Dann hab' ich ja gar nicht gedacht. Hab' dir das gerade gehört? Nein, der ganze Loot ist runtergefallen. Ja. Ihr habt den ganzen Loot runtergefallen. Ja, gut. Besser er fällt runter, als dass du den hast. Oha. Oder war Goldäpfel und sowas? Oha, wie heißt Leute. Nee, ey, ey, das ist bestimmt von der Sprengung, von den Creepern kaputtgegangen. Nee, weil der Bremse Boden ist alles runtergefallen. Also, glaube ich. Oder so. Oh mein Gott, ich bin gerade fast wieder gestorben. Nein, ich muss den Lucky Block weg jetzt. Hier weg, Mann. Bitte, bitte, bitte. Oh, nur ein Schneemann. Nur ein Schneemann. Aber, Digga, wir sind beide gerade wirklich... Wir sind richtig gleich auf. Oh, nein. Max, Max. Das war es doch schon wieder, Bro. Ey, hast du einen Bogen? Nee. Ich auch nicht. Also, ich schwöre dir, ich hätte einen Bogen gegeben. Ja, Digga. Oh mein Gott, guck mal. Bro, bitte kill mich einfach. Oh, bitte kill mich einfach. Bruder, die kill mich ja, weil ich brauche, weil ich brauche, was du rüberbauen. Komm. Ja, kannst du nix dagegen machen. Ja, ja, kann man nix machen. Also, wenn es jetzt zu Ende geht, habe ich original nix. Da hast du auch echt nix. Also, hier war da hinten sind noch drei Blöcke, die ich vorhin nicht geöffnet habe. Die mache ich jetzt mal auf. Ja, musst du. Nein, 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 nein. Das kommt nix raus hier. Also, wenn du wäre, ich sag dir, ich würde versuchen, auf anderen Lens einfach schnell die Blöcke aufzumachen. Darf man noch andere Lens gehen? Ich kann es dir erlauben. Ich habe eine Blöcke von anderen Lens auf. Ich wusste nicht, dass du das erlaubt hast. Weiß ich gar nicht. Ich habe nie wirklich abgesprochen so, aber kannst du von mir aus machen, weil ich mir jetzt eh so gut am Ende. Okay, dann sag mir einfach, wenn du am Ende bist. Ich versuche ja noch irgendwas zu retten. Mach mal, mach mal, mach mal. Oh, da ist ja, das wird nix. Warum? Bro, weil ich einfach nix habe. Jetzt sind noch wütende Bienen, wütende Fische. Alles wütend hinter mir. Ich bin fertig. Ja, Bro, ich glaube, ich schaffe es nicht mein Leben zu dir. Einfach, obwohl du kannst grün oder blau einfach durchlaufen und einfach die Lucky Box meiden. Ja, Bro, die killen mich hier gerade, diese Brünen. Ja, dann töte dich einmal, wenn du voll live hast. Ich warte auf dich. So, also ich habe original gar nichts, Leute. Max, ich bin fairer. Hier, ich gebe dir mein Eisenschwert und dafür kämpfe ich mit der Spitzhacke. Hä, Digga, das verlierst du doch. Bist du sicher? Dann lass uns anfangen. Okay. Drei, zwei, eins. Wie war's, Leute? Ja, okay, okay. Let's go. Let's go. Bam. Oh mein Gott, jetzt zieh mir gute Herzen ab. Ja, du mir, aber auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, drei Herzen. Ja. Wie viel Schaden macht denn so eine Hacke, Alter? Ja, du hast halt nichts angehabt, aber ich bin der Gewinner von heute. Leute, ich habe das Ding gebaut. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst ein Like, ein Abo, den Channel, ein Glock, und bis zum nächsten Mal. Euer Kroft, wir tschüss.